So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben wieder eine kleine GBL-Folge für euch vorbereitet in der Hyperliga diesmal. Wir haben letztens ja die Superliga gespielt, auch wenn ich keine Ahnung habe von GBL und immer sage, oh mein Gott, gibt es trotzdem einige Fans unter euch, die sagen, oh bitte, nur noch GBL-Videos, oh bitte, das ist sehr unterhaltsam, zeig uns das bitte. Leider ungewollt unterhaltsam, ne? Ich habe jetzt mal wieder auf meiner Lieblingsseite geguckt, wo ist denn die Maus? Ich habe jetzt mal auf meiner Lieblingsseite geguckt, pogefans.net, die haben nämlich immer schön hier diese Listen, da habe ich ja letztens schon gezeigt, werde ich vielleicht auch wieder auf dem Drunter verlinken, dass ihr eben für die Superliga, Hyperliga, Meisterliga verschiedene Bereiche habt. Ihr seht Tierlisten der einzelnen Ligen, ihr seht Teamsammlungen für Leute, die gar keine Ahnung haben, wie sie was zusammenstellen, Pokémon für wichtige Rollen, also Closers, Switch-Ins, Leader und so Zeug. Jetzt habe ich mir hier mal kurz reingezogen, Tierliste, in der Hyperliga steht momentan Tier 1, Registil. Registil habe ich aber auf 14,98 in der Superliga, wenn ich das jetzt hochziehe, auf 2,5, dann kann ich es ja nicht mehr in der Superliga nehmen. Ein zweites Registil basteln, nochmal 100.000 Staub und alles und weiß ich nicht, müsste ich darauf verzichten. Hier bei Cresselia bin ich auch wieder zu geizig, da Staub auszugeben, also theoretisch, naja, kann ich die Tierlisten getrost weglasen. Gucken wir mal auf die Teamsammlungen, wenn erfolgreich Leute zocken mit einem Dreierteam und sagen, damit rupfen wir alles weg. Seht ihr hier Giratina, Melmetal, Kalvalanzas, äh, Kalvalanzas. Giratina habe ich ja immer drin, ja, Melmetal habe ich leider hochgezogen und gemaxed, also würde mir jetzt da auf 2,5 nichts bringen. Ich könnte höchstens ein anderes auf 2,5 nehmen und dann ein Kalvalanzas, mit Kalvalanzas kenne ich mich überhaupt nicht aus. Vielleicht ist das ein heftiger Brocken, keine Ahnung, das Team ist uns bekannt durch Nexosilia. Ja, also ein Giratina habe ich ja, wer mein normales Team aus der Hyperliga kennt, was ich eigentlich immer nehme, was schon komplett veraltet ist, denn diese Kombination taucht nie auf. Ihr wisst, ich nehme immer, habe ich ja letztens gezeigt hier, so, das sieht man jetzt wieder nicht, Moment. Habe ich ja letztens gezeigt, für die Superliga habe ich dann halt mal ein Altaria und ein Dioxys und ein, äh, Registil reingepackt. Hat an sich sogar einigermaßen gut funktioniert. Hyperliga nehme ich die ganze Zeit schon, wenn ich wirklich mal Hyperliga zocke. Mein Lapras mit rein, mit 2,5 und ein Machomai und eben das Giratina vorne, obwohl ihr seht, das Giratina ist so weit weg entfernt von den idealen PvP-Werten. Aber diese Kombination, guckt mal hier rein, was habt ihr denn hier, Cavalanzas, Cavalanzas, hier Registil schon wieder am Start, Registil am Start und hier fliegendes Giratina, fliegendes habe ich auch nur in der Meisterliga. Hier ist Sumpex, Sumpex, Registil, Cavalanzas, Sumpex, Giratina, hier Sumpex, dann haben wir hier, ähm, Sumpex, 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 überall Sumpex und das sind schon alle vorgeschlagenen Teams. Vielleicht sollte ich doch endlich mal einen Sumpex nehmen für irgendeine Liga, wenn das schon so heftig vorgeschlagen ist. Mir war das jetzt aber zu kompliziert, mich auf irgendwas von denen hier zu einigen, deswegen würde ich sagen, ich probiere es einfach ganz getrost, oldschool, mit meinem Team, was ich habe, auch wenn es komplett untergeht. Und je nachdem, wenn ich wirklich gar nichts damit reiße und jeden Kampf verliere, dann werde ich vielleicht für eine weitere Folge Hyperliga mal ein Team zusammenstellen mit Sumpex vielleicht, ja, mit Sumpex und allem anderen. Ich bin jetzt auf Rang 6, letztens war ich Rang 10, jetzt bin ich Rang 6, Hyperliga Premier Cup nehmen wir auch nicht rein, wir wollen ja das Giratina mitnehmen. Unser Team haben wir schon da, gucken mal, wen es jetzt findet, als 6 Gegner, dem Boye Fuhr, 47474, oder irgendwas dergleichen, kann man das, hätte ich eigentlich mal einen Ton anmachen sollen. Ein Glurak, das ist sehr schön, denn ich habe gemerkt, ja, jetzt ist er natürlich wieder effektiv gegen mich, Ich habe nämlich gemerkt, dass ich die ganze Zeit auf meinem Giratina Schattenstoß, nee, nicht Schattenstoß, Schattenstoß ist die Ladeattacke, ähm, Dunkelklaue hatte. Laut der Liste sagen die Leute, mach Feuerodem. Deswegen habe ich wenigstens an meinem Giratina mal gewechselt, dass der jetzt Feuerodem hat, als sofortattacke. Seht ihr ja auch, dass er sehr schön funktioniert und er dem Glurak einfach ordentlich was mitgibt, jetzt habe ich aber schon mein zweites Schild rausgeballert. Hätte ich lieber mal einen Move gemacht, vielleicht wäre er umgefallen. Er hat hier nämlich Drachenklaue, Drachenklaue habe ich auch, aber ich wollte mich ja darauf verlassen, dass der umfällt und ich die mitnehme. Keine Ahnung, was jetzt kommt, Latios, ha ha ha, da hätte ich ja erst recht Drachenklaue nehmen müssen. Jetzt bin ich natürlich auf Schattenstoß, aber egal, der schildet ja bestimmt eh, weil er denkt, dass ich Drachenklaue mache. Und deshalb mache ich die Drachenklaue einfach hinterher. Habe ich nicht geschafft, ist tot. Ähm, Eis, Eis gegen, ja, Steinhagel, ne, Eis, wir machen Eis. Eis gegen Drachen ist immer sehr schön. Der eisene Drache, jetzt kann ich natürlich nicht mehr wegschilden, aber das Lapras hält ja sowieso was aus. Er kommt mit, ja, Zapdos und grillt mich. Mein Gott, was für ein schlechtes Zapdos. Ach nee, das ist ja zwei Fünfer, nicht eins Fünfer. Egal, Zapdos, Bruder, guck mal was ich mache. Dann hole ich halt mein Machomai rein, obwohl wenn du den jetzt, Machomai hält nichts aus. Dann wird er halt wenigstens vielleicht geopfert, nicht sehr effektiv, Antikkraft. Ey, gegen Lapras hätte das sicherlich ultra reingeschäppert. Hier hätte ich sogar jetzt Steinhagel, außer er kommt jetzt mit einer Elektroattacke und ich bin tot. Aber der Steinhagel, der könnte doch gut reingreffen. Er macht nochmal Antikkraft. Soll ich da Steinhagel machen? Ach, ich mache lieber Steinhagel ist. Auf Nummer sicher. Da müsste der jetzt eigentlich in der Ecke liegen, ja? Nee. Doch. Hätte ich jetzt nämlich gewartet hätte, dann wäre das Teil auch Schrott. Hier, komm. Steinhagel. Sieht auch gut aus. Lapras, immer noch am Start. Ich glaube, die erste Runde geht sogar relativ gut aus für mich. Ist halt immer so ein zweischneidiges Brett. Geht man auf Nummer sicher und farmt man und nimmt den Move mit. Aber beim Farmen stirbst du dann und dann hast du den Move auch nicht. Also hau ihn lieber raus, selbst wenn der Gegner nur noch so ein Pfötzchen Energie hat. Hau lieber nochmal einen ganzen Move drauf. Und ihr seht auch mit einem komplett sinnlosen Team, was weder bei der Tierlist oben auftaucht, von den einzelnen Pokémon, noch bei Teamsammlung irgendwie in dieser Zusammenstellung auftaucht, kann man mit etwas Glück hier ein bisschen kämpfen und gewinnen vielleicht. Jetzt habe ich den Namen nicht gesehen. Der Name ist wichtig. Der Name entscheidet, wer gewinnt. Blitzer. Okay. Ich vertraue drauf, dass Blitzer jetzt kein heftiges Pokémon ist und lasse den einfach mal durch. Das sieht gut aus. Und ich habe meine Drachenklaue, die hoffentlich mächtig ist und ihm zeigt, wo der Blitzer steht. Zack. Ja, er wird ab, okay. Und trotzdem habe ich bisher mehr Schaden gemacht als er. Das heißt, ich werde nochmal meinen Move machen, nochmal Drachenklaue. Schattenstoß, weiß ich wieder nicht, keine Ahnung. Ich glaube, das rentiert sich, dass ich auf Feuerodem nämlich gewechselt habe, im Quick Move. Labras wäre jetzt total Fail reinzuholen. Ich vertraue drauf, dass der nichts kann und lasse ihn einfach auf mich drauf britscheln. Nochmal Ladungsstoß, ja. Da könnte man doch vielleicht sogar Energie farmen und den einfach so töten. Ja, mal gucken. Er kann ja wahrscheinlich nur eine Attacke. Das überlebe ich noch. Er wechselt und er hat gewechselt auf Giratina. Jetzt wäre doch ein Schattenstoß eigentlich ganz vernünftig gewesen. Obwohl ich gerade nicht weiß, hat er eigentlich noch Schilder? Hat er nicht? Ich werde wahrscheinlich nicht mehr zum Schattenstoß kommen, deswegen vielleicht schaffen wir noch einmal Drachenklaue. Aber das sieht gut aus, weil sein Blitzer ist ja sowieso fast tot und das Giratina aber auch fast komplett mit weggerust. Also hier noch einmal Drachenklaue würde vielleicht sogar reichen. Denn er hat jetzt ja nicht mehr so viel Energie. Das heißt, unser hässliches Giratina hat sein Giratina und sein Blitzer fast im Alleingang besiegt. Obwohl, der ist ja noch 2430 und ich dachte schon, mein Giratina ist Grütze, aber... Ja, das sind die Bots, ne? Guckst du dir an, die Bots. Ähm... Wasser... Komm, wir schlagen den mal, ne? Ich bin jetzt gut drauf, wir schlagen einfach hin. Das ist sogar sehr effektiv. Ich habe auch noch ein Schild, was ich jetzt einsetzen werde. Und da brauche ich jetzt... Da brauche ich jetzt keinen Charge-Move. Da kann ich doch einfach so draufhauen, in der Hoffnung, er ist tot. Und jetzt sofort die Ladeattacke, egal was wie wo. Hau einfach mal mit der Ladeattacke drauf. Die macht auf jeden Fall Schaden. Auch wenn es Gestein ist gegen Elektro, wird das ausreichen. Und das kleine gelbe Meerschweinchen in den Himmel befördern. So. Ihr seht, Rams ist heute richtig professionell unterwegs mit seinem Gurkenteam. Äh... Wir machen wieder natürlich fünf Kämpfe. Beziehungsweise, ja, jetzt ist ein ganzes Set voll. Ich habe nämlich eigentlich Zeitruck. Ich nehme das hier nämlich am... Sonntag auf. Und eigentlich ist gleich Raids für Zuschauer mit... Despotar. Habe ich gedacht, mache ich kurz vorher fünf Kämpfe. Lade das vielleicht dann am Montag hoch oder so. Ach, ich weiß es nicht. Eigentlich wollte ich auch mal die ganzen Belohnungen abholen. Hier von diesem Empfehlungsfeature. Weil da viele Leute jetzt wirklich sich einen neuen Account gemacht haben. Haben damit geedit. Und haben Meilensteine erreicht. Wo ich dann auch mal abholen wollte, um zu gucken, was da alles drin ist. Gengar. Hmm... Da bin ich überfragt. Ich meine, er ist auf jeden Fall effektiv gegen mich. Aber wenn ich jetzt das Maromai hole, das... bricht ja erst recht zusammen. Also... Lassen wir mal hier das... Das LKW-Rennen... Vorbeiziehen. Was macht Labras? Labras? Ey, Labras hätte bestimmt richtig ausgehalten und gleichzeitig ausgeteilt. Aber da traue ich mich nicht. Soll ich jetzt beide Schilde von dem weg? Von mir? Mir von dem? Er hat ja immerhin noch eins. Aber vielleicht können wir wenigstens das eine noch weg. Dann ist wenigstens Gleichstand. Dann hat ein Giratina vorher zwei besiegt und scheitert jetzt an einem Gengar. Ja? Ich sehe schon den Kommentarbereich wieder. Digga, was machst du denn? Hol doch mal das Labras rein. Das... Sieht wenigstens lustig aus oder so. Ich werde jetzt Labras reinholen, ja? Es geht ja jetzt um nichts. Das ist tot. Und jetzt gucken wir mal, was das Labras macht. Labras! So, fertig. Er ist tot. Das war doch ganz easy. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Wir können ja nochmal wechseln, weil wir ja nicht eingewechselt haben direkt. Wir haben ja nach dem Tod gewechselt. Er hat ein Elevoltec. Ja, das ist scheiße. Holen wir uns halt das Maromai rein. Er hat natürlich sein Move voll. Wie hat er so schnell sein Move voll? Der cheatet schon wieder. Stromstoß. Wusch! Und da legt das Labras auch in der Ecke. Schwache Verbindung. Bisaflor. Tod. Vor dem Move. Labras. Eis. Gegnerische Attacke. Jetzt dreht er durch. Ey. Wenigstens einen Eisstrahl hätten sie mir noch lassen können. Was will er denn? Er hat doch eh keine Schilde mehr, ja? Und sein blödes Elevoltec noch. Also ein Eisstrahl. Und jetzt ist es noch nicht mal einfach fabelhaft, oder? Reicht das? Nein. Aber. Ich habe ja noch zwei. Ha. Was mache ich jetzt? Nichts. Eigentlich ist es egal, was ich mache, weil ich bin eh weg. Da stand schwache Verbindung. Das ist ja klar, dass man verliert, wenn man keine Internetverbindung hat und der Gegner die ganze Zeit angreifen kann. Aber egal. Das war der erste Kampf vom Fünfer-Set. Trotzdem ist es jetzt 2 zu 1 gewonnen. Mit einem Billig-Team. Unvorbereitet. Das geht noch schlechter. Sag ich mal dazu. Majax PM. Nicht AM. PM. Weil das ist am Mittag und das ist am... Ah. Da, jetzt habe ich aber draus gelernt. Bei sowas holt man direkt das Labras und dann holt er Cherux. Ups. Okay. Wasser. Trink noch einen Schluck, mein Freund. So. Schlürfer. Einfach Schlüpfer gemacht. Was kann der denn? Der kann hier wieder komische Käfer-Moves. Dachthiebe. Stahl vielleicht. Angriff steigt auch noch. Ach, der ist komplett ausgerüstet. Ausgestattet. Aber das Labras hat eine Best-Buddy-Schleife. Guck dir das doch an. Ist es nicht süß? Was ihm jetzt nichts bringt. Weil das nicht als Buddy angelegt ist. Aber sonst wäre es ja eh drüber. Also Quatsch. Joa. Ich hätte wahrscheinlich sogar mit Maromai hier noch einen guten Fang gemacht. Ach, ich wollte doch eigentlich abwehren. Dann können wir aber das Maromai reinholen. Der haut doch bestimmt drauf. Komm. Eins, zwei, drei und dann ist er weg. Der macht keinen Nachthieb mehr. Doch, macht er natürlich. Zehn brauche ich jetzt aber. Ich glaube, wenn ich den durchgehen lasse, liegt das Maromai auch in der Ecke. Nö, das wäre ihm nur blau gewesen. Gut. Haben wir wieder draus gelernt. So. Jeder hat eins weg. Jeder hat ein Schild weg. Toggekiss ist am Start. Gott, Stein Hagel. Jetzt lass den mal durch. Vertrau drauf, dass ich keine Ahnung habe. Nee, er hat natürlich. Ja gut, dann holen wir mal den Günter wieder rein. Gucken wir uns das nochmal an, obwohl ich ja auch benachteiligt bin. Das Maromai wäre nie im Leben zum zweiten Stein Hagel gekommen, oder? Der wäre tot, wäre der Mause tot. Ramses, jetzt Schattenstoß. Du kannst doch nicht gegen einen Psycho einen Drachenmove machen. Du musst, wenn dann schon, einen Geist gegen einen Psycho und du siehst, das ist nicht sehr effektiv. Ramses, am besten du gibst direkt auf. Ne, wir müssen noch ein bisschen testen. Für folgende Kämpfe müssen wir uns jetzt schon eine Strategie überlegen, wie es so aussieht, als würden wir extra Zeit schinden wollen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Deswegen hätte ich eigentlich wirklich rausgehen können. Was habe ich denn gegen Togekiss? Hätte ich theoretisch nur Labras gehabt. Ein bisschen, aber es ist halt, wenn du als erstes wechselst, dann wechselt der Gegner natürlich hinterher. Also, das erste Würfeln ist entscheidend. Wenn am Anfang das Labras gegen das Togekiss gestanden hätte, ich schwöre auf alles, was ich habe. Hätte ich nicht so hauchhoß, äh, hoch, hochhaus, hätte ich nicht so haushoch verloren. Dann hätte ich bestimmt auch verloren, aber er hätte dann gewechselt, ich wäre hinterher gewechselt. Er wäre dann auf seinen Xerox, ich wäre dann aufs Maromai, genau so wäre das. Ich spiele das schon mal durch. Ja, jetzt dasselbe, wieder in grün. Komm, wir probieren es nochmal. Wir gehen aufs Labras, zeigen, guck mal, wir sind effektiv. Und jetzt muss er nur noch auswechseln. Dann kommt mit Viridium. Viridium. Pflanze. Pflanze. Eis. Surfer. Zum Schild rauslocken. Ey, er lässt den sogar durch. Haben wir noch Peps da? Keine mehr. Okay, Moment, dann. Toll. Jetzt werde ich es wahrscheinlich nicht mehr... Warum hat er den durchgelassen? Dann hätte ich doch lieber Eis machen können. Wenn ich jetzt auf Eis will, schildert er bestimmt. Er merkt, dass ich jetzt länger brauche. Er passt ja auf. Er ist ja kein Otto. Er ist ja... So. Jetzt. Ey. Drück halt zehnmal. Ey, wie soll ich denn das Handy nehmen? Auf den Kopf stellen oder was? Das war ja großartig. Hey, und jetzt schildert er natürlich. Ist das ein... Dreckiges. Naja, komm, mach. Wer schildert denn beim ersten nicht, aber dann beim zweiten? Das habe ich noch nie erlebt in meinen ganzen 50 Jahren. Er kann immer noch sein komisches Togekiss wieder reinholen. Im Endeffekt wechselt er jetzt auch aufs Togekiss, nicht? Er wechselt aufs Leimock. Das heißt aber, ich sinnloserweise habe jetzt meinen Steinhagelverbrauch, den ich ja vielleicht fürs Togekiss noch genommen hätte, weil es ein... Warte mal. Holen wir mal hier ihn wieder rein. Ist zwar jetzt auch sinnlos, so wie es ausschaut, aber... Wer weiß. Schattenstoß. Mal testen. Was ist das Leimock? Müll. Ein Gift-Pogebon. Achso, es steht ja oben sogar. Unlicht und Gift. Jetzt weiß ich, was beim letzten Mal gemeint wurde, als es hieß. Es steht ja sogar oben. Und er rät trotzdem immer mit, was es ist. Das wäre auch nur blau gewesen. Ich habe nichts mehr. Er hat nichts mehr. Jetzt vertraue ich mal der Drachenklaue, dass die wenigstens ein bisschen Schaden macht. Auch wenn nicht viel. Jawohl. Toggekiss und ich bin tot. Das wird kein Steinhagel mehr werden, bis der voll ist und weg. Das Toggekiss ist schuld, Mann. Warum nehme ich das immer in der Meisterliga? Wieso denn nicht hier? Oh mein Gott, er lebt noch! Und ist tot. So. 2 zu 2 würde ich sagen. Also seitdem ich das neue Set angefangen habe und die Gegner einfach mal Level 1000 sind, ist es auf jeden Fall viel schwieriger geworden. Habe ich das Gefühl, den Eindruck. Da wäre wohl so ein Team mit... Ja, mit was denn? Mit Giratina und Riggi Stil und Zumbags, ja. Obwohl Giratina ja schlecht ist gegen Toggekiss. 74, der hat schon wieder mehr als ich. Aber egal. Wir werden schon nicht von einem Move gleich tot sein. Ich lasse den jetzt durch. Dann lässt er meinen bestimmt auch durch. Er vertraut mir da. Außerdem sehe ich so, wie viel Schaden das ungefähr macht. Mal gucken, ob das bei ihm jetzt auch so funktioniert. Wehe, der schildet jetzt. Dann schilde ich auch ab jetzt. Ja, er schildet. Gut. Komm, mach nochmal. Einer geht noch. Und er darf natürlich wieder zuerst. Aber dafür schilden wir ja jetzt. Und wenn er auch schildet, dann hat er wenigstens schon seine zwei Schilde weg. Drachenklaue. Ja, Bruder. Ich weiß Bescheid. So. Und er lässt durch. Das sieht doch richtig herrlich aus. Guckt euch das. Und er ist... Er stirbt halt einfach vor mir. Und Togekiss. Jetzt aber Labras. Und er wechselt bestimmt nochmal. Und egal was reinkommt, soll ich hinterher wechseln? Ich weiß es nicht. Ist Surfer auch gut? Seitdem ich gestern wieder das blöde Video gesehen habe, geht mir das nicht mehr aus dem Kopf. So. Jetzt hat er kein Schild mehr. Wenn ich jetzt mit Eis komme. Baby. Ich schilde aber trotzdem mal an. Wenn er Antikkraft hat, ich glaube, das haut trotzdem rein beim Labras. Also. Na, ich wollte gar nicht Surfer machen. Ich habe eigentlich in die Mitte gedrückt, aber mein Daumen ist so dick. Der drückt einfach überall gleichzeitig. Er wechselt jetzt schon. Auf Slime Oak. Hat schon wieder was vor. Vielleicht sollte ich mir das Team vom Gegner mal merken. Da kommt so vor, als hätten die immer nur noch dasselbe. Immer Slime Oak und Togekiss. Slime Oak und Togekiss. Dann suche ich mir eins, was da drin steht in der Liste mit Slime Oak und Togekiss. Plus den dritten und dann was? Oh, Sumpe. Ist fertig. Schon habe ich drei heftige Dudes. Oh, ich lebe immer noch. Aber jetzt. Ja, es wäre nun schön, wenn ich den so besiegen könnte und meinen Move mitnehme. Das werde ich aber wohl nicht schaffen. Weil, er hat bestimmt auch seinen Move gesaved. Wir müssen ja so reden. Jetzt ist ja mal. Ja, komm. Dann hauen wir halt mal drauf. Dann kann er seinen Move noch bei mir machen und ich bin tot. Eigentlich hätte ich es jetzt, wenn ich so weiter gedrückt, dann wäre ich auch tot. Und so wäre ich tot. Denn er kommt rein und ich bin weg. Er braucht seinen Move nicht mehr. Er muss gar nichts machen. Er greift einmal an und das war's. Ramses. 3 zu 0. Für den Gegner. Ich glaube, wir können das 5er-Send noch voll machen. Es ist 10.17 Uhr. Schon wieder ein 9er. Mann. Dreh das mal rum, dann hast du meins. 6, Alter. Oh. Jetzt habe ich den Namen wieder nicht gesehen. Muss sich alle melden wegen Cheaten und so. Sumpex. Jetzt zeig mal, Sumpex, was du so kannst. Wenn ich jetzt wirklich hier bin und du kämpfst, dann zeig mal, was du kannst. Aquahobitze. Aquahobitze. Tipp ich mal. Der wird doch keinen Erdbeben haben. So schnell. Aquahobitze. Ist nicht sehr effektiv. So. Drachenklaue. Klingt halt auch schon richtig brutal. Drachenklaue. Im Gegensatz zu Aquahobitze. Ja, ja, ja. Was ist los? Was ist da? Ja, ja, ja. Was ist? Kennt ihr noch? 1, 2 Polizei. Grenadier. Alte Gags. Und so weiter. Die ganze Gang am Start. Der dürfte jetzt eigentlich auch weg sein, wenn er nicht schildert. Irgendwie hat er nicht geschildert beim ersten Mal. Das war bestimmt nur ein Trick. Nö, war es nicht. Ey, das ist bestimmt ein noch heftigerer Trick jetzt. Dass der nicht schildert. Das ist aber sehr schön. Weil jetzt kann ich trotzdem einmal bei ihm durchkommen. Also sein. Ne. Vielleicht schaffe ich sogar noch einen. Und dann habe ich ja immer noch Labras mit Eis. Labras hält ja auch was aus. Also das sieht gut aus bis jetzt. Schaffen wir es nochmal. Ah ne, der farmt an mir. Der farmt an mir. Nein. Es war voll. Labras. Flieg und Sieg. Ey. Und er wechselt. Und er wechselt. Und dann wechselt ich auch. Was du kannst. Das kann ich auch. Schon lange guck. Ja, toll. Und jetzt? Ich vertraue dem nicht. Maromai ist halt nicht so stark. Ne, deswegen. Alter, mach dir nur Steinhagel. Los, Maromai. Zeig mal, was du kannst. Mach mal schnell was. Der schildert eh. Okay. Deswegen nehmen wir den Move, der zuerst fertig ist. Hauen drauf. Und sagen dann Adios, Amigo. Zack. Ich wusste es. Er schildert. Und er greift an. Wieder mit Steinhagel. Der war doch gerade gar nicht so brutal. Nein, das sieht gut aus. Das Ding kann er gerne öfters machen. Dann können wir ja jetzt farmen. Ja, mach doch, wenn es wieder Steinhagel ist. Da kenne ich nichts. Jetzt kommt er hier mit Donnerschock. Mit Elektro-Wumme. Gut. Mein Move ist auch Foul. Das heißt, ich kann schon mal direkt auf Steinhagel und einfach draufwerfen, weil das fliegt ja. Ist das Drachenflug? Nein, das ist Geist, Drachen, Unlicht, Flug. Genau. Wo steht denn oben? Nix. Drache und Geist. Lasst euch von den Flügeln nicht irritieren. Labras ist auch noch am Start. Artik-Kraft. Auch, Alter. Wie schwach ist ein Giratina? Bitteschön. Das werde ich sofort aus meinem Team löschen. Das kann ja gar nichts. Und jetzt kommen wir hier rein auf Nummer sicher, obwohl Eis fast voll war. Machen wir einen Surfer zum Abschluss. Langsam frage ich mich, wieso der überhaupt zwei Lada tanken kann. Wenn er sowieso nie dazu kommt, seinen Eisstrahl einzusetzen, dann hätte der Surfer komplett gereicht. Spart doch Staub und Ressourcen. Sourcen? Sourströming? So, das ist jetzt. Drei zu eins. Noch eins. Nee. Wie, das waren schon fünf. Okay. Ich blick nicht mehr durch. Die machen immer irgendwas. Und dann hast du schon verloren, gell? Gerade wo du anfängst, richtig zu gewinnen. Dann sagen die einfach, das war's. Und dann war's das halt wirklich. 28 Minuten. Ey. Ich glaub, die Kämpfe in der Hyperliga gehen schneller, als die Kämpfe in der Superliga. Und damit das Video nicht allzu lange wird, würde ich sagen, das ist sehr schön. Das Team, weiß ich nicht, ist jetzt... Was kann man denn machen? Was kann man denn machen? Warum juckt man die Nase immer zu? Also Giratina ist auf jeden Fall ein heftiger Dude. Äh, dieses, äh... Hier, Giratina... Nee, Registil kann ich ja nicht machen. Hier, Giratina, Kavalanza, Stumpex. Vielleicht wäre das mal ein Team zum Ausprobieren, ne? Weil das ist schon fertig. Das ist günstig. Und damit hab ich noch nie was gemacht. Das ist halt einfach die kleine Baby-Version vom Registil. Mit Iroh. Zack. Kann man ja mal ausprobieren. Ansonsten, ihr könnt ja mal reinschreiben, was ist euer Hyperliga-Team? Mit welchen Moves? In welcher Reihenfolge? Was geht bei euch so ab? Und wie weit seid ihr gerade? Ich bin jetzt immer noch Rang 6. Ihr seht, ich zock selten die Hyperliga. Äh, aber wenn, dann halt genau mit diesem Team. Wo man jetzt drei Kämpfe gewonnen hat. Von 7. Waren 7? Zwei Stück? Drei? Sieben oder acht? Ich weiß es nicht. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020